Der meistgesuchte Mann Deutschlands. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Der meistgesuchte Mann Deutschlands. Ich hab noch keine Ahnung, um was es hier geht. Das Video ist von Simplizismus. Und ich dachte mir, wir geben uns das. Auf entspannt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentarchen, abonniert den Kanal, ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. 19. Juni 2020 in Österreich. Ein Taxi rast am frühen Abend aus Wien zum Flugplatz Vösslau. Die Strecke dauert normalerweise nur 35 Minuten. Der Taxifahrer kennt sich aber nicht aus und verpasst die Einfahrt zum Flugplatz. Der Flughafen ist sehr klein. Ein Tower, ein paar Hangars und ein Restaurant. Schon seit Nachmittag steht hier ein kleines Flugzeugabflug bereit. Eine Cessna Citation Mustang Modell 510. Flugnummer FT-Y5. Doch der Fluggast verspätet sich. Um 19.45 Uhr kommt das Taxi endlich an. Kurz vor dem Rollfeld warten zwei Piloten. Ein gut gekleideter Mann steigt aus dem Auto. Hellblaue Jeans, weißes Hemd, schwarze Lederjacke, schwarze Sneaker. Er bezahlt den Flug in bar. 7.920 Euro ohne Quittung. Um 20.03 Uhr hebt die Maschine ab. Bei dem Reisenden handelt es sich um einen Mann mit vielen Gesichtern. Noch mehr falschen Pässen und engen Kontakten zu ausländischen Geheimdiensten. Er ist in zwielichtige Deals verwickelt, spielt gerne Spion und Agent und genießt ein... Das ist doch Dings hier. Wie heißt er nochmal von... Er erinnert mich gerade an den... Wie heißt er, Alter? Oh Mann, ey, diese Serie auf Netflix, die ich mir... Raymond, Raymond Reddington. They can't Raymond Reddington. ...sufendes Leben im Luxus. Er ist außerdem die Schlüsselfigur im größten Wirtschaftsskandal der Bundesrepublik. Und seit jenem Abend am Flugplatz Vösslau auf der Flucht. Dan Marsalek. Dan Marsalek. Dan Marsalek. Messing. So cues the fraud vanished without a trace. Die Staatsanwaltschaft München 1 sucht mit Nachdruck nach diesem Mann. Seit mittlerweile drei Jahren wird der ehemalige Wirecard-Vorstand Marsalek weltweit gesucht. Wo steckt Jan Marsalek? Krass, Digger, Film. Was meint ihr, Freunde? Interessantes Thema oder nicht, Digger? Eins in den Chat, wir sind da. Wirecard wird 1999 gegründet. Der Konzern gilt lange als die deutsche Antwort auf Silicon Valley. Eine Tech-Firma für Online-Zahlungen. Quasi das deutsche Paypal, aber für Unternehmen. Am Anfang... Krass, hab ich gar nicht mitbekommen. ...werden vor allem Zahlungen auf Porno- und Glücksspielseiten übernommen. Freunde, das ist unser Thema, Digger. Finger weg von Pornos. Jeder Mann, der hier gerade zuschaut, hörte auf, Pornos zu gucken. Glaubt mir. Das wird euer Leben verändern. Lasst es einfach bleiben. Ist nicht gut für euer Gehirn, ist nicht gut für euer Testosteron, ist nicht gut für eure Männlichkeit generell. Und Glücksspiel brauchen wir nicht von reden. Eine der schlimmsten Sachen, die es gibt. So. Ist eine ekelhafte Sucht. Wo keiner... Das sollte auch überhaupt nicht normalisiert werden. Was aber leider wird in der heutigen Gesellschaft. Aber lasst Finger weg davon. Die Kunden werden schnell seriöser. In den nächsten Jahren legt Wirecard einen kometenhaften Aufstieg hin. 2018 ist das Unternehmen größer als die Deutsche Bank. Wow. Und letztendlich, im Juni 2020, hat es verlassen. Es ging direkt von der DAX-30 zu nichts. Dan McCrumm hat als erstes Ungereimtheiten in den Zahlen von Wirecard aufgedeckt. Und gemeinsam mit seinem Team den entscheidenden Stein im Betrugsfall ins Rollen gebracht. Links zu McCrumms Buch House of Wirecard und zum Wirecard-Podcast der SZ findet ihr in der Beschreibung. Am 18. Juni bestätigen Wirtschaftsprüfer von EY, dass bei Wirecard Belege in Höhe von 1,9 Milliarden Euro fehlen. Geld, das eigentlich auf Konten in Asien liegen soll. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Vorstandschef Braun trat heute mit sofortiger Wirkung zurück. Der Traum des deutschen Ausnahmestart-Ups ist vorbei. Ein Unternehmen mit einer deutlich solideren Erfolgssituation... ...ist Revolut. Revolut ist eine digitale Bank mit weltweit mehr als 35 Millionen Nutzern. Wie, das hat doch nichts mit Deutschland zu tun, Digga. Das ist so Litauen. Hat er Deutsch gesagt? Revolut ist wild. Ich habe auch ein Konto da. Ist gut. Litauen. Hat auch seine Vorteile, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. Check das mal ab. 30 Prozent sparen kannst. Markus Braun wird festgenommen. Er wird wegen unrichtiger Darstellung, Marktmanipulation, Untreue und gewerbsmäßigen Bandenbetrug in Milliardenhöhe angeklagt. Die Staatsanwaltschaft erteilt aber nicht nur gegen ihn ein Haftbefehl. Der zweite, mutmaßlich Hauptverantwortliche, ist der Österreicher Jan Marsalek. Vorstand bei Wirecard und maßgeblich zuständig für die Geschäfte in Asien. Seit Dezember 2022 läuft ein gewaltiger Prozess zu dem Fall. Neben Ex-CEO Markus Braun sitzen auch der ehemalige Chefbuchhalter Stefan von Erfa und Kronzeuge Oliver Bellenhaus auf der Anklagebank. Für alle Menschen gilt die Unschuldsvermutung. Doch der Prozess findet ohne Marsalek statt. Denn von ihm fehlt seit fast vier Jahren jede Spur. Marsalek wird am Tag, an dem EY die Bilanzprobleme publik macht, mit sofortiger Wirkung freigestellt. Braun bittet ihn trotzdem auf die Philippinen zu reisen. Dort soll er... Blogs sagt gerade, für Werbung gebe ich jedem Video ein Dislike. Ich fühle mich von höheren Macht dazu gezwungen. Das ist sehr schade, Bro. Also gönnst du den Leuten nicht deren Content, die du reinziehst, dass die damit auch Geld verdienen? Das finde ich schade, Digga. Ja, aber bei Netflix dir die Werbung reinziehen und das noch abfühlen und feiern. Ich finde das krass, wie Leute so... Die Leute, das muss ich einmal hier ganz kurz sagen, Konsumenten von Social Media Videos und YouTube und diesen ganzen Sachen sind so verwirrt mittlerweile, dass die sagen, ich will Content umsonst konsumieren und ich will auch nicht, dass der Typ, der diesen Content macht, damit Geld verdient oder irgendeine Werbung schaltet oder so. Der soll mich einfach unterhalten. Der soll mir Content geben und mich nicht vollmüllen mit Werbung. Damals auch, wenn du dann irgendwie selber Klamotten gemacht hast oder wenn du irgendwie ein Coaching gemacht hast, Fitnesscoaching, damals hast du einen Shitstorm gekriegt. Du zwingst doch niemanden dazu, irgendwelche Sachen zu kaufen oder irgendwo mitzumachen, weißt du, wie ich meine so? Lass doch die Leute, die Content kreieren, auch was verdienen, so. Ich finde es crazy. ...ausfinden, wo die 1,9 Milliarden Euro geblieben sind. Am 23. Juni 2020 landet er am Flughafen von Manila. Einen Tag später... Manila. Thriller in Manila, Digga. ...reist er aus dem knapp 800 Kilometer entfernten Cebu weiter nach... Hab drei Adblocker, einfach Adblocker benutzen. Ja, das ist halt auch so eine Sache, Digga, weißt du, wie ich meine? Also, ihr benutzt Adblocker und damit sorgt ihr dafür, dass der Typ, dessen Content ihr euch reinzieht, weniger Geld verdient. Das müsst ihr euch bewusst machen. Wenn ihr die Werbung 5 Sekunden laufen lasst, verdient der Typ, dessen Video ihr euch reinzieht, mehr Geld. Und kann weiterhin für euch Content liefern. Muss man immer so sehen, wie es ist, weißt du? Dann kauf YouTube Premium. So steht es zumindest in den Dokumenten der Einwanderungsbehörde der Philippinen. Aber irgendwas stimmt nicht. Bei seiner Einreise ist Jan Marsalek auf den Überwachungskameras des Flughafens nicht zu sehen. Am vermeintlichen Abreisetag gibt es auch überhaupt keine Flüge nach China. Beamte der Einwanderungsbehörde haben offenbar die Daten gefälscht. Sie werden später dafür angeklagt. Und wo ist Marsalek also wirklich? Noch am Abend des 18. Juni geht Marsalek in ein Restaurant in München. Ins Ilsonio. Hier trifft er sich mit zwei Vertrauten aus Österreich. Der erste ist Martin Weiß. Überleg mal, du bist in so einer Situation. Du musst vom Staat abhauen und fliegst irgendwo hin mit tausend Passports. Irgendwie reizt das auch. Wenn man so Blacklist guckt und so Raymond Reddington und so, denkt man so, geil. Das liegt halt daran, weil man halt selber auch diese Action in seinem Leben haben möchte. Und die meisten Leute halt keine wirkliche Action haben. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch aufgehört, mir Serien und Filme reinzuziehen. Weil ich schauen möchte, dass ich mein eigenes Leben zu so einem Film mache. Muss jetzt nicht unbedingt mit Verfolgungsjagd sein. Und dass ich irgendwo mit 18 Passports irgendwo rumfliege. Aber ein bisschen Action im Leben, weißt du. Tut gut, tut uns allen gut. Dieses Monotone ist nicht für uns gemacht. Ehemaliger Verfassungsschützer. Der zweite ist Thomas Schellenbacher, Abgeordneter der rechtspopulistischen Partei FPÖ. Marsalek erzählt den beiden, dass er dringend auf die Philippinen müsse, um die Bilanzprobleme von Wirecard zu regeln. Am liebsten will er über Minsk Belarus fliegen. Er gibt ihnen seinen Reisepass, damit... Philippinen hat kein Auslieferungsabkommen wahrscheinlich auch, wahr? ...die einen Flug für ihn buchen können. Krass. Schaust du nur YouTube beim Stream? YouTube schaue ich auch privat ab und zu. Aber ich gucke kein Netflix mehr oder so. ...tag geht um 11.56 Uhr eine Mail am Flughafen in Minsk ein. Der Absender, eine Mitarbeiterin der Minsker Reiseagentur Planeta Krios. Es geht um die VIP-Einreise eines besonderen Gastes aus Wien. Im Anhang ist ein Diplomatenpass aus dem Karibikstaat Grenada. Laut Recherchen der SZ wurde die Mail später inklusive Anhang versehentlich gelöscht. Am Abend hebt eine kleine Cessna mit Jan Marsalek an Bord ab und fliegt Richtung Belarus. Knapp drei Stunden später landet die Maschine in Minsk. Bei der Passkontrolle am Flughafen legt Marsalek seinen echten Pass vor. Er wird bereits erwartet. Ein schwarzer Mercedes-Kleinbus mit belarussischem Kennzeichen holt ihn ab. Er wird ins 45 Kilometer entfernte Hotel Hemden in der Tolstoystraße in Minsk gebracht. Die Minsker Behörden wissen nicht, ob Marsalek Belarus je verlassen hat oder wo er sich befinden könnte. Marsalek hat mehrere Tage Vorsprung, als die Staatsanwaltschaft beginnt, nach ihm zu suchen. Sie stürmen eine seiner Villen in München. Was sie dort finden, wirft nur noch mehr Fragen auf. Vor seiner Flucht verbringt Marsalek die meiste Zeit hier. In der Prinz-Regenten-Straße, Platz Nummer 61. Eine schicke Villa und sowas wie ein Clubhaus für Marsalek, seine Geschäftsfreunde und Enge Vertraute. Es gibt eine High-End-Überwachungsanlage und Pläne für einen abhörsicheren Raum. Gewohnt hat hier niemand. Das Gebäude wurde teilweise als Büro genutzt, zum Beispiel von Martin Weiß, dem ehemaligen österreichischen Verfassungsschützer, der Marsalek zur Flucht verholfen hat. Aber auch Ex-Agenten, Militärs und Geldwäscher gehen ein und aus. Inmitten von italienischen Designermöbeln und teuren Ölgemälden sitzen sie und diskutieren Geschäfte. Manchmal gehen sie dafür auch in feine Restaurants. Geschäftlich ins Feinkostkäfer, privat ins Matsuhisha Munich. In der Villa finden die Beamten etliche teure Gemälde und Skulpturen. Sogar eine Figur von Wladimir Putin stand auf seinem Schreibtisch. Außerdem finden sie eine schwarze Kampfmontur. Damit Marsalek 2017 offenbar in Palmyra in Syrien. Kurz nachdem das Gebiet durch syrische Truppen von... Putin, it didn't matter, da. ...die es befreit wurde. Russland hat die syrischen Kräfte bei der Bevölkerung unterstützt. Marsalek wollte wohl etwas erleben, was niemand sonst erleben kann. Einfach mal ein aktives Kriegsgebiet bereisen. Einfach mal ein aktives Kriegsgebiet bereisen auf Entspannt. Das alles will nicht so ganz zum Vorstand eines deutschen Top-Unternehmens passen. Was hat es mit der Villa auf sich? Warum sind dort so viele zwielichtige Menschen ein- und ausgegangen? Den Ermittlern wird bewusst, dass die Suche nach Marsalek viel aufwendiger wird als zunächst gedacht. Sie haben es mit einem Mann zu tun, der jederzeit bereit war, sich in Luft aufzulösen. Marsalek soll Verbindungen zu verschiedenen Geheimdiensten gehabt haben. Laut Bekannten habe er sich gerne mit aktiven und ehemaligen Agenten und Spionen umgeben. Er selbst war scheinbar eine Art Hobby-Informant. Vor Geschäftspartnern gab er anscheinend damit an, die Pläne des russischen Nervengifts Novichok zu besitzen. Damit wurden Anschläge auf die russischen Oppositionellen Sergej Skripal und Alexej Nawalny begangen. In geleakten Chat-Nachrichten prahlt er mit seinen Kontakten zur amerikanischen CIA und zum israelischen Mossad. Einige geleakte SMS deuten darauf hin, dass er als V-Mann für die rechtspopulistische FPÖ tätig war. Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass Marsalek als Informant für den österreichischen Geheimdienst BVT unter Martin Weiß gearbeitet hat. Diese Geheimagenten sind auch wild. Es sind auch kriminelle, es ist wie Mafia. Also diese ganzen Organisationen, CIA, FBI und Mossad, die agieren genauso wie Kriminelle. Genauso. Das sind halt Kriminelle, die dem Staat untergestellt sind. Der Staat ist ja auch relativ kriminell. Er hat laut Financial Times eine eigene Söldnertruppe rekrutiert. Marsalek hat schon während seiner Zeit bei Wirecard gerne Decknamen verwendet. In Videocalls hat er sich als John Smith eingeloggt. Während seiner Flucht schickt er als Richard Dabrowski und Karim Gasmy Nachrichten an Vertraute. Doch Marsalek hat noch viele weitere Identitäten. Mit diesen beiden Bildern fahnden das BKA Europol und Interpol. Aber kennt ihr auch dieses hier oder die hier? Jan Marsalek hat für viele seiner falschen Namen einen eigenen Pass. Ich will auch. Max Mauer soll er Belarus bei seiner Flucht verlassen haben. Ich glaube, 7 war das Nummer, das ich hörte. Und auch ein diplomatisches Passport von einem Land in der Karibäne. Digga, wenn du so ausgestattet bist, dann läuft. Und das passt auch mit dem Bild von ihm. Er war komfortabel multilingual. Mit seinen Pässen war Marsalek seit 2010 viel unterwegs. Er war mehrfach in Singapur und Dubai, wo Wirecard Niederlassungen hatte. Er war auch in Budapest, Paris, Wien, London, Mumbai, Nizza und Moskau. Insgesamt soll Marsalek seit 2010 über 60 Mal in Russland gewesen sein. 2022 wird der Süddeutschen Zeitung und der kremlkritischen Online-Plattform Dossier Center ein Dokument zugespielt. Das Dokument ist ein weiterer falscher Pass, ausgestellt auf den Namen German Bajenov. Der liefert einen Hinweis auf den Aufenthaltsort und die neueste Identität Marsaleks. Moskau. Ein Audi A8 kommt vorgefahren. Auf der Rückbank ein Mann mit roter Jacke, Glatze und Vollbart. Er ist gerade zurück aus seinem Winterurlaub in Sochi. Direkt dahinter ein Toyota Land Cruiser, in dem seine Beschützer vom Geheimdienst sitzen. Es geht ins La Mer. Ein Moskauer Edelrestaurant, in dem auch Wladimir Putin gern isst. Besonders bekannt ist das Restaurant für seinen Fisch. Austern, Hummer, Kaviar, alles fangfrisch. Nach dem Essen geht es zurück in die streng bewachte Community Mayendorf Gardens. Die ist in einer der teuersten Wohngegenden Russlands, Rastori. Hier wohnt Marsalek. Wie auch in München, stilecht in einer Villa. Neben den Superreichen hat auch der Kreml hier sein Gästehaus. Nicht weit entfernt hat Putin sein Anwesen. Es sieht so aus, habe jemand zwar die Stadt und Identität gewechselt, aber seinen Stil beibehalten. Als Agent mit der Lizenz zum Luxus, schreibt die SZ. Das ist das neue Leben von Jan Marsalek. Wahrscheinlich. Die Details von Marsaleks neuem Leben kommen größtenteils aus russischen Quellen. Immer wieder werden Fotos geteilt, die ihn in seinem Auto oder in einem Luxusrestaurant zeigen sollen. Die Infos lassen sich oft nicht unabhängig überprüfen. Die deutsche Justiz und Behörden weltweit sind sich mittlerweile aber sicher, dass Marsalek wirklich in Moskau untergetaucht ist und dort seit mittlerweile drei Jahren lebt. 2021 bekommt der Bundesnachrichtendienst sogar ein Gesprächsangebot aus Moskau. So, there was a moment when a meeting was offered by some part of the Russian Secret Service to their German equivalent. Would you like to come and meet Jan Marsalek? Talk to him and find out what was going on. Die Bundesregierung hat zu diesem Fall bis heute keine Angaben gemacht. Involvieren, die sind drin. Die sind mit dabei. December 2023 erscheint ein Bericht des Wall Street Journal. Nach allem, was Behörden weltweit ermitteln konnten, scheint immer klarer zu werden. Jan Marsalek ist wirklich seit fast zehn Jahren ein russischer Spion. Laut einer Recherche von Bellingcat ist er ab 2014 immer häufig... Der soll doch angeblich bei dem Geheimdienst von welchem Land? Ach so, ja, Belarus war das, ne? Oder was war das? ...nach Moskau gereist. Er soll Informationen von Wirecard-Kunden an Moskau weitergegeben haben. Zu diesen Kunden gehörten auch der BND und das BKA. Das BKA soll fast ein Drittel seiner Kreditkartenzahlungen für Informanten über Wirecard abgewickelt haben. Durch Einsicht in diese Überweisungen lassen sich indirekt Identität und Aufenthaltsort von Geheimdienstbeamten zurückverfolgen. Marsalek soll auch die russische paramilitärische Wagner-Gruppe unterstützt haben. Tschüss, Digga, der Typ ist ja richtig wild unterwegs. Dem soll er illegal Geld für russische Spione bewegt haben, um geheime Operationen zu finanzieren. So auch eine Gruppe von Bulgaren, die in Großbritannien für Russland spioniert haben soll. Nachdem Dan McCrumb 2019 das erste Mal über finanzielle Ungereimtheiten in Singapur berichtete, wurde er zur Zielscheibe von Einschüchterungsversuchen. Er und andere Journalisten wurden observiert, ihre Handys abgehört. McCrumb vermutet, dass die in Großbritannien verhafteten Bulgaren damit zu tun gehabt haben könnten. Und so, einer dieser Leute hat eine Firma, die helfen, dass Sie die Telefonen hacken können. Und er hat Jan Marsalek, ziemlich sicher, dass er an der Zeit, dass er meine Telefonen hacken wollte und was ich gemacht hatte, hackt Menschen's Telefonen, findet ihre Liegungen, holt ihre Kontakte, das soort of thing. Die Staatsanwaltschaft in Großbritannien wirft Marsalek vor, dieser Gruppe von Bulgaren von 2020 bis 2023 Befehle erteilt zu haben. Die Gruppe hat unter anderem Infos über Zielpersonen gesammelt, um Russland bei Entführungen zu helfen. McCrumb vermutet, dass Russland Marsalek als Gegenleistung für seine Spionagetätigkeiten bei seiner Flucht geholfen hat. I think if you're a country like Russia, you kind of have to advertise that you look after your guys, don't you? You can't leave them out in the cold or throw them the wolves. Because why would people then work for you in the future? In Deutschland drohen Marsalek bei einer Verurteilung bis zu 14 Jahre Haft. Doch dafür müssen die Justizbehörden ihn erstmal in die Finger bekommen. Krass, die haben den immer noch nicht wahr? Das beste Lebenszeichen von Marsalek ist ein achtseitiger Brief, der im Juli 2000... Mann, der Typ ist Agent von einem Geheimdienst, da können die deutschen Behörden sowieso nichts ausrichten. ...23 bei den Justizbehörden in Deutschland einging. Darin beteuert Marsalek seine Unschuld. Statt Täter sei er selbst Opfer eines Betrugs geworden. Der eigentliche Täter sei der ebenfalls angeklagte Ex-Manager Oliver Bellenhaus. In dem Brief steht weder, wo Marsalek ist, noch wo die fehlenden 1,9 Milliarden sind. Marsaleks Anwalt Frank Eckstein scheint aber offensichtlich mit seinem Mandanten in Kontakt zu stehen. Das Gericht schätzt den Brief als weitgehend unbrauchbar ein. Laut Wall Street Journal könnte Marsalek sich aktuell in Dubai aufhalten. Nach dem Tod von Yevgeny Prigoschin soll er dort aktuell beim Wiederaufbau der Wagner-Gruppe in Afrika helfen. Die Jagd nach einem der meistgesuchten Männer der Welt geht weiter. Die Behörden tappen immer noch im Dunkeln. Erst kürzlich wurde der Wirecard-Prozess um fast ein Jahr verlängert. Crazy. Neue Recherchen unter anderem vom ZDF und vom Spiegel haben jetzt aufgedeckt, dass Marsalek nach seinem Verschwinden, aber auch schon Jahre davor, mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat. Marsalek soll durch eine Liebesbeziehung mit der mutmaßlichen russischen Agentin Nataljas Lobbing in die Spionage... Das ist ja wie ein Film, ne? ...gebunden worden sein. Nach seiner Flucht verhalten ihn die russischen Behörden zu einer neuen Identität. Er benutzte den Pass eines Priesters. Wild. Wild. War jetzt nicht unbedingt so krass mein Thema, aber war schon interessant auf jeden Fall. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Bis dahin. Macht's gut. Peace out.